Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie auf meiner Homepage sind. Seit fast 20 Jahren habe ich mich darauf spezialisiert, Beschwerden auf natürliche Art und Weise zu lindern. Mein Ziel ist es, dass Sie gesund und energiereich leben können und dadurch mehr Lebensqualität haben. Gerne gebe ich Ihnen einen Übersicht über die drei wichtigsten Behandlungsmethoden. Die Akupunktmassage harmonisiert den Energiefluss im Körper nach der chinesischen Medizin, Der Wirbelsäulenbasisausgleich korrigiert Fehlhaltungen auf sanfte Weise. Diese Kombination ist ideal bei allen Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden sowie in der Schwangerschaft. Die Basis für die Schmerztherapie nach Liebschrumpf-Pracht ist ein völlig neues Schmerzverstehen. Falsche Muskelprogramme bereiten Schmerzen und können mittels Schmerzpunktbressur aufgelöst werden. Die Engpassdehnungen helfen, dass die Schmerzen nachhaltig wegbleiben. Diese Behandlung eignet sich bei allen Schmerzzuständen, wie zum Beispiel Schulter-, Ellbogen-, Knie- oder Fussschmerzen. Die Farbpunktur nach Peter Mandl basiert auf den Grundsätzen der Akupunktur mit farbigem Licht. Die Schwingungsinformation der Farben wird über die Haut in den Körper weitergeleitet. Ideal für Babys mit Koliken oder Schlafstörungen, für Kinder mit Konzentrationsproblemen oder für Erwachsene, die unter Stresssymptomen leiden. Ihr Anliegen ist mir wichtig. Deshalb nehme ich mir Zeit für Sie. Zudem bin ich bei den meisten Krankenkassen anerkannt. Auf Ihren Anruf freue ich mich sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017